Grüß Gott, mein Name ist Christian Huema, ich bin 20 Jahre alt und ich wohne in Linz. Ich habe die Hauptschule positiv abgeschlossen, war ein Semester in der HBLW Landwitt und drei Semester in der HAK-Abendschule. Und ich habe drei Monate Berufserfahrung im Einzelhandelbereich Multimedia. Und in diesem Bereich suche ich auch eine Lehrstelle, weil mich die Arbeit im Verkauf sehr interessiert und ich auf meine erlernten Fähigkeiten aufbauen möchte. Zu meinen Stärken zählen, ich kann gut in einem Team arbeiten, aber auch selbstständig arbeiten verrichten und ich führe einen guten Kundenumgang. Zum Beispiel, selbst bei etwas schwierigeren Kunden würde ich meine Ruhe behalten und versuchen die Situation so gut wie möglich zu lösen. Momentan bin ich in der Videowerkstatt der VSG Produktionsschule Factory, wo ich auch Unterstützung bei der Arbeitssuche bekomme. Hier ist meine Haupttätigkeit das Schneiden von viel Material, aber auch zum Beispiel das Bedienen der Kamera und des Mikrofons bei Aufnahmen. In meiner Freizeit schreibe ich gern eigene Texte und betreibe regelmäßig Sport, gehe zum Beispiel Joggen oder mache Krafttraining. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch einladen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Vielen Dank.